hallo baumann berlin lehrer nicht mehr herzkrank jedenfalls im moment puls wieder auf 60 hoffentlich bleibt dazu eigentlich gibt es nur eine maßnahme die auf dauer hilft weg mit der alten die sollen ihren gesundheitslobbyisten gleich mitnehmen im knast und dann sollen sie da bleiben und dann geht es mir auf dauer wieder besser hoffe ich mal also wenn jetzt hier alles gut geht dann kriege ich in einer stunde wieder einen kaffee und die leute laden wieder macht's gut ich mache es auch gut